Ich begrüße Sie zu Israel Netz TV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Nach dem Anschlag auf dem Atatürk-Flughafen Dienstagnacht in Istanbul muss die Welt aufwachen und ihre einseitige Israel-Kritik beenden. Dies hat der Knesset-Abgeordnete Lapid gefordert. Der Vorsitzende der Partei, Yesh Atid, ergänzte, 12 Millionen Muslime seien seit 1948 durch Muslime getötet worden. Die Zahl der Toten im israelisch-arabischen Konflikt betrage etwa 0,3 Prozent davon. Immer noch verurteile die Welt ohne Unterbrechung Israel und hüte sich vor jeglicher Verurteilung der islamischen Gewalt. UNO-Generalsekretär Ban sieht in der Abregelung des Gazastreifens eine kollektive Bestrafung. Diese gieße Öl auf die Flammen der Gewalt. Die Situation dürfe so nicht weitergehen, erklärte er bei einem Besuch in Gaza. Israel und Ägypten halten jedoch aus Sicherheitsgründen an der Abregelung fest. Ban verurteilte zudem palästinensische Terroranschläge gegen Israelis. Ein Berater des palästinensischen Präsidenten Abbas hat zu brutaler Gewalt an jüdischen Israelis aufgerufen. Die palästinensische Nachrichtenseite Dunja al-Watan fragte ihn, was er über eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel denke. Darauf sagte Abu al-Ainayn, wann immer man einem Israeli begegne, solle man ihm die Kehle aufschlitzen. Nach sechs Jahren des Streits haben sich die Türkei und Israel wieder angenähert. Das verkündete der israelische Premier Netanyahu. Der Schritt erfolge nicht wegen neu gewonnener Sympathien, sondern aus beiderseitigem Interesse. Angesichts der aktuellen Bedrohungslage sei die Türkei auf israelische Technologie angewiesen. Hinzu kommen außenpolitische Schwierigkeiten, etwa die Auseinandersetzung mit Russland oder mit muslimischen Ländern. Vorzüge hat die Vereinbarung auch für Israel. Auf der Haben-Seite sind etwaige Gaslieferungen an die Türkei. Ruanda möchte von Israel lernen, nach einem Genozid einen modernen Staat aufzubauen. Dies sagte Botschafter Ruta Bana der Tageszeitung Jerusalem Post. Ruanda gehört zu den besten Freunden des jüdischen Staates auf dem afrikanischen Kontinent. Das war Israel Netz TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder zu den wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion begrüßen dürfen.